Let's Fun auf dem neuen ATMP-Server ähm ja diesmal auf dem neuen bei der alte geschlossen hat Anfang dieses Jahres oder letztes Jahr Anfang dieses Jahres oder mittendrin, keine Ahnung ähm ja und welchen Charakter nehmen wir diesmal ich weiß es nicht wir können mal Ninja nehmen oder Krieger mhm mhm schwierig ich weiß es nicht komm wir nehmen mal Ninja wir können es hier mal einfach mal ausprobieren so ja das war mein Test-Account ganz nöckig so ja ähm Musik ein bisschen leider ich hab hier noch keine Playlist drauf so was ist heute verkehrter Agro na so ich weiß es nicht mehr was nein ich möchte teleportieren ich werde ihn jedes Mal anziehen so hoch auch nö kommt da schon jemand an gerannt das war aus Versehen so da oben hin die da hin ich hab die Befürchtung dass das nur ein bisschen zu laut ist kann mich auch täuschen so na komm mach die doch platt jetzt geht doch hier sind die Ingame-Regeln bla 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 ich lese jetzt nicht alles vor das ist eher am wichtigsten aber sind eh kaum welche hier das ist auch ziemlich eigentlich ziemlich nett mit der Anzeige hier da sieht man wie viele Monster wie viele aus dem blauen und gelben und so weiter ähm cool ja so kann man mal wieder ausblenden äh ich hoffe der kriegt uns nicht läuft der uns hinterher nein gut so dann werden wir uns hier ein bisschen leveln ein paar leveln machen wir so bisschen ruhig noch am Anfang finde es viel zu laut so ist angenehmer ich höre mich auch relativ leise kann mich auch täuschen kann man nachgucken aber ich glaube ich finde da nichts so könnte jetzt allgemein alles lauter sein aber schon besser level 9 schon machen wir noch ein bisschen weiter hier bei ninja weiß ich es noch grad so wie es einigermaßen zu skillen habt oder auch da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher ich habe viele server ausprobiert um zu gucken ob ich einen guten finde so ich habe drei tage lang gebraucht habe auch sämtliche runtergeladen so so level 17 komm dann klopp mal uns bis ok bis 20 werden wir es jetzt nicht mehr schaffen aber ein bisschen schärfen wir noch ein bisschen schärfen wir noch so so mach mir mal die ausbildung du siehst mich nicht was nein voll wollen wir bogen oder nahe ich glaube ich mache nahe und ich glaube es hängt Regenbogensteine ich habe nicht genug geld dafür na gut ja 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 na kommt leerer so dankeschön versuch und shop schon besser so mal bessere waffen zu holen ich hole jetzt mir erstmal den ganzen kram beieinander wo ich brauche im shop so ok so viel habe ich noch nicht die gönne ich mir mal ich glaube das kann ich mir alles noch nicht leisten oh das kann ich mir leisten das kann ich mir noch nicht leisten ich würde es mir gerne schon holen aber dann ist mein geld weg wirst du im shop ja ok das geht nicht wenn das offen ist ja dann hole ich mir die auch schon mal so ähm ich laufe erstmal zu gemischi fähigkeiten was mache ich denn als erstes hinterhalt hm hinterhalt als erstes oder wir machen hinterhalt als erstes bitte auf war klar war sowas von klar dass ich nicht leck mich das kann man bestimmt stacken ich hole mir erstmal den ganzen kram das kann man nicht stacken und tschüss dann so ey komm beim anderen ging es ja auch naja komm ist ja nicht die welt so zumal dahin das dahin dahin so so was noch davon davon die können weg sind viel zu langsam davon noch welche halt da so noch irgendwas nein das ist alles nicht auf mein level die kann man nochmal mitnehmen so so jetzt haben wir ja soweit alles ich müsste eigentlich hier bis 30 leveln ich muss jetzt grad mal gucken das machen wir dann wenn es soweit ist Krass sachen switchen und so nen kram ich kann grad kommen was wir hier noch so alles haben was wir gebrauchen können meta den jetzt noch nicht. Nö, so weit sind wir auch noch nicht. Ach ja, davon. Ich hab von den drei Stück mit. So, gehen wir mal weiter. Stimmt.